der Landwirtschaft und mein Kollege Marlon Amoyal, er ist vor Ort und hat auch Gäste. Ja, bonjour und einen schönen guten Tag hier aus dem Europäischen Parlament in Straßburg zu unserem Europa-Talk. Wir wollen sprechen heute über den ökologischen Wandel, den Klimawandel und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Das ist das Thema, wo es heute auch im Europäischen Parlament in einer Debatte darum geht. 44 Millionen Menschen in der Europäischen Union leben von der Landwirtschaft. Und alleine im Haushalt 2023 bis 2027 sind die Subventionen beispielsweise für diesen Sektor immens. 390 Milliarden Euro, der größte Posten für viele Landwirte. Ist das ein erheblicher Teil auch des Einkommens? Und vor welchen Herausforderungen die Landwirte stehen, das wollen wir heute Morgen einmal miteinander besprechen. Und das tue ich mit meinen Gästen. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Morgen bei uns Sarah Wiener ist. Sie ist Grüne, stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss und Berichterstatterung für das Gesetzesvorhaben der Europäischen Union in Sachen Pflanzenschutzmittelverordnung. Landwirte, das kommen wir nachher wahrscheinlich auch nochmal zu im Gespräch, also von daher vom Fach. Und wir haben bei uns heute Morgen Alexander Bernhuber. Er ist Mitglied der ÖVP hier im Europäischen Parlament in der EVP-Fraktion, auch Landwirt und Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. An Sie die erste Frage, Herr Bernhuber, denn die Debatte ist ja heute eine, die von der EVP initiiert worden ist. Es geht Ihnen darum, wenn ich es richtig verstanden habe, zu sagen, man muss Klimapolitik und Landwirtschaft zusammenbringen. Was heißt denn das konkret? Ja, erstmals herzlichen Dank für die Einladung. Und es ist wirklich toll, dass wir heute im Plenum diese wirklich für viele Landwirte wichtige Debatte führen. Auf der einen Seite sehen wir die aktuellen Herausforderungen geopolitisch, die wir sehen. Die Verwerfungen, die es gerade auf den Märkten gibt, wo in manchen europäischen Ländern Millionen Tonnen an Getreide liegen. Getreide aus der Ukraine, das leider nicht weitertransportiert ist. Also da die große Sorge vieler Landwirte. In wenigen Wochen, Monaten steht die Ernte bevor. Wohin mit dem Getreide? Weil leider Green Lanes nicht funktioniert haben. Das Getreide ist nicht in Drittstaaten gelangt, sondern ist in Europa stecken geblieben, sorgt da für große Probleme. Und auf der anderen Seite sehen wir halt derzeit wirklich vor uns liegen sehr viele Gesetzesvorschläge, wo ich noch von keinem Landwirt gehört habe oder keiner Landwirtin gehört habe, die gesagt hat, endlich toll, dass die Europäische Kommission hier so voranschreitet. Da gibt es große Herausforderungen im Bereich Wiederherstellung der Natur, die Verordnung, die hier kommt. Wenn es darum geht, Pflanzenschutz, wie gehen wir damit zukünftig um? Da gibt es sehr viele Fragezeichen, die unbeantwortet geben. Viele Fragen, die offen sind und da haben wir heute eine tolle Chance, dass wir das im Plenum ansprechen können. Ich habe es eingangs gesagt, Sie haben es jetzt gerade auch formuliert, es geht um geopolitische Themen, es geht um Biodiversität, es geht aber auch um die Frage, wie Landwirtschaft aufgestellt ist. Frau Wiener, ich hatte Sie ja gerade auch vorgestellt, Sie kümmern sich vor allen Dingen hier auch im Europäischen Parlament um das Thema Pflanzenmittelschutzverordnung, Ihnen auch ein Herzensanliegen, das will ich mal so sagen. Jetzt haben wir heute diese Debatte, es gibt ein Papier, was jetzt auch lanciert worden ist von Peter Liese und von Norbert Linz, das ist der Ausschussvorsitzende für Landwirtschaft. Da geht es vor allen Dingen gegen die Grünen. Also die Grünen würden nicht verstehen, was die Landwirte brauchen. Was entgegnen Sie denn diesem Vorwurf? Ja, die Frage ist, wer sind die Paten der Bäuerinnen und Bauern? Ist es die Ökologie und die Biodiversität oder ist das die Pharmaindustrie und ist es die Pestizidindustrie? Das ist eine grundsätzliche Debatte, die wir führen müssen. Was denken wir, wer sollte und wer kann Bauern wieder mehr Freiheit ermöglichen, mehr Selbstständigkeit und ein gutes und sicheres Einkommen gewähren und zwar auch noch in 20 und 30 Jahren? Ja, aber es geht ja auch um Lebensmittelsicherheit, um auch, dass sozusagen auch genug Lebensmittel produziert werden. Es gibt eine Studie, die sagt, bis 2050 müsste sich die Nahrungsmittelproduktion eigentlich verdoppeln. Das geht, so wenn man so die Statistiken sich anguckt, im Grunde genommen ja nur mit der konventionellen Landwirtschaft als eine Säule, oder nicht? Nee, das sehe ich ganz anders. Im Gegenteil, wir brauchen eine ökologische Landwirtschaft, wir brauchen agrarökologische Maßnahmen, weil sonst haben wir keine Natur mehr und ohne Natur kein Essen. Insofern ist es ganz klar, dass mittel- und langfristig wir stabile Ökosysteme fördern müssen, die dann auch Lebensmittel in hoher Qualität erzeugen. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Böden erodieren, 80 Prozent sind Pestiziden belastet. Wir sehen, dass wir Wetterextremprobleme haben, Klimaextremer, also Klima ist überhaupt die Nummer eins in der Landwirtschaft, die Schaden anrichtet. Aber auch Wasser ist ein ganz großes Problem gerade und das wird man nicht durch Technofix lösen und dadurch, dass man noch mehr Pestizide oder Mineraldünger ausdrückt, sondern durch agrarökologische, stabile Maßnahmen. Wir reden immer von Flächeneffizienz, aber das Wichtige ist, was wir in der Zukunft brauchen, ist Tiefeneffizienz. Gesunde Böden, fruchtbare Böden, mehr Bestäuber, die dann auch Presser in Ertrag geben. Wir müssen das ganze Landwirtschaftssystem transformieren, um es eben resilienter aufzustellen. Transformieren könnte ja auch heißen, revolutionieren, wenn ich Sie da verstehe, weil man sich neu aufstellen muss. Herr Bernhuber, gibt es einen Zielkonflikt? Also Frau Wiener hat es ja gerade erklärt, man möchte auf der einen Seite natürlich das Thema Ökologie und Klimaschutz zusammenbringen, aber wie bringt man das zusammen, dass nachher Qualität auf dem Teller liegt bei den Verbraucherinnen und Verbraucher und eben nicht auch die Themen Klimaschutz und Landwirtschaft gegeneinander ausgespielt werden? Ich gebe ja meiner Kollegin in vielen Bereichen recht, sie spricht immer sehr auf einer Metaebene. Da stehen wir uns ja wenig, da widersprechen wir uns ja sehr wenig. Aber wenn es dann wirklich um das Detail geht, wie schaut es mit Lebensmittelsicherheit von einzelnen Produkten aus? Wie können wir zukünftig garantieren, dass wir in Europa noch genug Kartoffeln produzieren können? Wenn wir wissen, ein Pflanzenschutz nach dem anderen verliert die Zulassung, es soll noch eine extreme Reduktion an Pflanzenschutzmitteln geben, dann sagt jeder Experte, dass ohne Pflanzenschutz Kartoffelproduktion für den Ausmaß, das wir in Europa brauchen, für die auch in der Qualität, die wir gewohnt sind, nicht funktionieren wird. Das ist dasselbe im Obstbau. Hier braucht es einen gewissen Maß an Pflanzenschutz, egal ob biologisch oder konventionell, aber speziell um einen gewissen Ertrag und Versorgungssicherheit aufzugewehren, braucht es eben einen Teil Pflanzenschutz. Und das Letzte, was wir wollen, ist, wir verhindern in Europa, in der Europäischen Union ein gewisses Maß an Produktion durch unsere eigene Gesetzgebung. Wir werden abhängig von Exporten, Importen aus Drittstaaten, wo dann produziert wird mit Standards, die bei uns schon längst verboten sind. Und wo wir hier dann einen Mehrwert in Richtung Klimawandel leisten, stelle ich dann schon sehr in Frage. Da würde ich gerne... Ja, gerne, aber wo kommt... Ich würde es verbinden mit einer Frage, greifen Sie es gerne auf, Frau Wiener. Wo kommt denn dann die Lebensmittel her? Also wenn wir die Pflanzenschutzverordnung beispielsweise jetzt Pflanzenschutzmittelverordnung sehen, da fordert die Europäische Union, dass dieser Einsatz bis 2030 um 50 Prozent minimiert wird oder auf 50 Prozent gesenkt wird. Sie gehen ja sogar schon weiter und sagen, eigentlich müssen es 80 Prozent sein, um die Ziele zu erreichen. Wo kommen die Lebensmittel dann her? Nee, das ist nicht so. Ich habe gesagt, dass ich 80-prozentige Reduktion möchte bei hochgefährlichen Pestiziden, die schon lang verboten sind und sogenannte Substitutionskandidaten sind, weil sie eben krebsschädigend sind, fruchtschädigend, Wasserorganismenschädigend, neurotoxisch, lange in der Umwelt. Die Frage ist doch folgende. Setzen wir jetzt weiter auf dieses Pferd, von dem wir wissen, dass es unsere Umwelt schadet und unserer menschlichen Gesundheit in vielerlei Hinsicht und die Biodiversität reduziert und die Böden auslaugt? Oder machen wir eine Transformation zum resilienteren System? Wir können ja nicht sagen, weil wir heute noch den Überkonsum fördern möchten. Und das ist ein Punkt, den müssen wir eben auch in die Waagschale nehmen. Solange wir 20-30% von Lebensmitteln in die Tonne treten und 60% in die Tröge unserer Nutztiere geben und nur ungefähr 25-27% selber essen, können wir schon und müssen wir uns die Frage stellen, ob das ein Modell ist, das wir weiter befördern wollen auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder. Und deswegen ist die Frage der Lebensmittelsicherheit ja, stellt sich ja heute überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, wir haben einen Überkonsum an Lebensmittel. Auch Herr Bernhuber hat es erwähnt. Wir haben ja gerade eine immense Auseinandersetzung, weil sich der Weizen aus der Ukraine in den Nachbarländern staut und die sagen, unsere eigenen Bauern gehen deswegen in die Knie. Beispielsweise in Polen und Ungarn. Polen, Rumänien, Ungarn und so weiter. Lassen Sie mich eine Sache nochmal festhalten, weil das, was Sie sagen, wie man das zusammenbringt, und wie man die Landwirtschaft neu aufstellt. Wie erst entgegnen Sie denn beispielsweise Herrn Bernhuber, der jetzt sagt, okay, wenn wir hier auf ökologische Landwirtschaft einen größeren Stil setzen, Sie haben das Thema Wegwerfgesellschaft beim Lebensmittel angesprochen, sicherlich auch ein eigenes Thema, aber wo kommen denn dann die Lebensmittel ansonsten her, wenn Bauernverbände gleichzeitig sagen, wir haben zum Beispiel bei einer Redaktion des Pestizideinsatzes mit großen Ernteeinbußen zu tun, mit einem Bauernhofsterben zu tun? Naja, es ist eben nicht möglich, einfach so weitermachen wie bisher und dann lässt man einfach 50 Prozent der chemischen Pestizide weg und wundert sich dann, dass man einen geringeren Ertrag hat oder einen viel geringeren. Wir müssen tatsächlich agrarökologische Maßnahmen, also integrierten Pflanzenschutz machen, der ja zeigt, gerade auch auf der Seite der Kommission mit über 1000 Beispielen und in praktischen Beispielen, dass es sehr oft überhaupt keinen Ertragsverlust gibt und dass der Schutz der Biodiversität manche Kulturen zum Beispiel auch noch erhöhen kann, weil es mehr Besteuerbarkeit gibt. Also ich denke, man kann nicht die einzelnen Glieder zerhacken und dann sagen, wenn wir das so machen und das einfach weglassen, dann haben wir ein Problem, sondern wir müssen tatsächlich das gesamte System transformieren. Und ich denke mal, wir müssen uns entscheiden, wollen wir unseren Nachbarn, die Familienbetriebe, die Kleinbauern, meine Region unterstützen mit der Landwirtschaft oder schauen wir immer nur auf Import und Export und sagen, wir müssen aber mithalten können mit dem Welthandel. Und das sind Fragen, die wir uns einfach stellen müssen. Darüber müssen wir reden und sagen, wie soll unsere Ernährung überhaupt ausschauen? Sollen die von wenigen Globalplayern dominiert werden oder wollen wir eine größere Vielfalt und sind deswegen resilienter, weil wir nicht alle Eier in einen Korb legen? Also nicht alle Eier in einen Korb legen ist das Stichwort. Gucken wir mal ein Ei uns aus dem Korb an. Was sagen Ihnen denn, Herr Bernhuber, die Landwirte, mit denen Sie beispielsweise sprechen zu den Vorhaben der Europäischen Union eben hier noch progressiver, sage ich jetzt mal, voranzugehen mit all den Konsequenzen, die das eben dann für die Lebensmittelproduktion und für die Landwirte hat? Ja, viele sagen mir einfach, es wird nicht funktionieren, was Sie hier manche Bürokraten einfallen lassen. Und es passiert halt sehr viel nicht mit den Landwirten. Es wird angeschafft. Es hört sich so an, das, was ihr über Generationen gemacht habt, liebe Bauern, das, was ihr macht, ist alles falsch. So kommt es bei vielen leider an. Und das ist ja leider nicht so. Wenn wir jetzt da wissen, wie wird Pflanzenschutz eingesetzt? Und ich bin ja selbst Landwirt. Ja, ich fahre selbst mit der Feldspritze. Dann wende den wirklich nur, wenn es wirklich notwendig ist. Es gibt schon beste Systeme, wo man schauen kann, Warnsysteme, wo man SMS bekommt. Jetzt wäre es richtig, Pflanzenschutz einzusetzen, wirklich das richtige Mittel zu verwenden, um Qualität abzusichern. Aber Pflanzenschutz ist eine Sache. Düngemittel genauso. Schauen wir uns beispielsweise Frankreich an, da gibt es jedes Jahr Meldungen, den nitratverseuchten Boden. Da kann man an der Küste nicht mehr wandern, weil man irgendwie ohnmächtig wird und Kühe irgendwie sterben da im Wattenmeer. Man muss ja auch mit diesen, sage ich mal, Extremformen umgehen. Also wie bringt man das? Ich habe vorhin einen Zielkonflikt zusammen. Natürlich muss man sich das regional dann anschauen. Wir wissen, Niederlande, ein sehr intensives Agrarsystem dort, wo wirklich eine Überproduktion ist, Düngerkülle über hunderte Kilometer gefahren ist. Das ist, glaube ich, kein System, das wir zukünftig haben wollen, sondern wo es wirklich darum geht, wie kann man schauen, Landwirtschaft wieder in bäuerlicher Hand zu haben, wo dann produziert werden kann, Lebensmittel für alle produziert werden. Aber hier haben einfach keine wenige Unterstützung von Bäuerinnen und Bauern, die sagen, die Vorschläge, die jetzt gebracht worden sind, sind super. Der Druck auf Bäuerinnen und Bauern ist ja immens groß. Es gibt die Debatten über steigende Lebensmittelpreise. Lebensmittelpreise sollen sinken. Wir haben in Österreich Anfang dieser Woche einen Gipfel gehabt wegen hoher Lebensmittelpreise, was eins zu eins die Auswirkungen hat. Handelsunternehmen sagen, liebe Bauern, ihr hört den Ruf der Konsumenten, ihr müsst günstiger produzieren. Nur wird das nicht funktionieren, wenn wir die Vorschläge meiner Kollegin umsetzen, werden einfach Produktionskosten steigen. Lebensmittelpreise werden um vieles mehr steigen, als wir das jetzt haben. Also wie kann man das dann auch gesellschaftlich... Wie bringt man das der Gesellschaft zusammen? Also jeder merkt, aufgrund der Inflation, der Warenkurve teurer, das merkt man an der Kasse, wenn man jetzt sozusagen die Dinge mit hinein nimmt, zu sagen, okay, man muss qualitativ hochwertigere Lebensmittel erzeugen mit all den Konsequenzen, dann muss man doch am Ende des Tages, Frau Wiener, auch sagen, die Lebensmittel werden teurer. Wie bringt man das dem Verbraucher bei und wie soll er es sich am Ende des Tages leisten? Es geht hier hinter uns gerade die Musik los im Europäischen Parlament. Ist das ja manchmal so, dass auch ein Staatsbesuch ansteht. Wir wissen jetzt nicht wer, aber bleiben wir bei unserem Thema Landwirte und Ökologie. Ja, also ich meine, es bleibt auch eine Grundsatzfrage haben, wie haben wir eine Zukunft und wie ist diese möglich? Das bleibt ja vorhanden. Und man weiß, dass natürlich, es gibt sehr viele konventionelle Bauern, die sehr viele Pestizide schon eingespart haben und die IPM anwenden. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass die 25 Besten die Hälfte der Pestizide nehmen wie die 25 Schlechtesten. Frau Wiener, sagen Sie mir mal, was sagt man den Bürgern? Was sagt man den Bürgern einer Rentnerin, einem Rentner, der 1200 Euro hat, der weiß, wenn er nachher zum Discounter geht, es kostet 50 Euro mehr jede Woche. Bei den Lebensmittelpreisen. Es ist ja ganz einfach. Meinen Sie, dass die Preise so günstig sein sollen, weil wir Leute schlecht bezahlen? Also die soziale Frage mit der ökologischen zu mischen und sagen, und deswegen soll der gesamte Bauernstand schlecht bezahlt werden und unterm Joch bleiben. Nein, aber was sagt man den Menschen, den Bürgern, die sagen, es kostet am Ende des Tages mehr, wenn wir eben mehr auf beispielsweise Ökologie setzen, weniger auf konventionelle Landwirtschaft. In dem Spektrum. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich habe ja einen ökologischen Bauernhof und die Inflation in dem Ökosektor ist nicht so groß wie die im konventionellen, weil wir weniger abhängig sind von teuren Input. Und ich denke, das ist der Weg, so zu gehen. Aber die Sache ist ja eine prinzipielle. Sie können ja nicht wirklich sagen, wenn Lebensmittel einen fairen Preis haben sollen, dass sie den nicht haben dürfen, weil Leute schlecht bezahlt werden oder eine zu hohe Miete haben. Also ich denke schon, dass wir sagen müssen, was sind die Säulen unserer Existenz, was müssen wir schützen und wo müssen wir auch eine gesamte Sparte, die dann dafür verantwortlich ist, fair zahlen. Also es ist doch nicht wirklich die Lösung, dass wir sagen, Bauern sollen noch immer schlecht bezahlt werden, damit alle anderen, die schlecht bezahlte Jobs haben, überleben können. Oder sie sollen konventionelle, belastete Lebensmittel essen, die schwerst verarbeitet sind oder mit Pestiziden belastet sind, weil tut mir leid, du hast halt wenig Geld. Frau Wiener, Sie bringen sich jetzt gleich eine letzte Frage an Sie von mir, weil wir gleich loslegen und ins Parlament abgeben. Deswegen also wichtigen Punkt, den Sie setzen wollten. An Sie nochmal, Herr Bernuber, denn die Debatte geht gleich los. Erwartungen an den heutigen Tag, an die Debatte? Worum soll es im Kern gehen? Es soll endlich wirklich einmal auf der Tagesordnung wieder sein, wie wichtig Agrarpolitik ist. Agrarpolitik ist auch europäisches Thema. Wir brauchen gemeinsam Lösungen für unsere Landwirtinnen und Landwirte, die haben große Sorgen. Das gehört angesprochen, da sind wir dankbar, dass das heute debattiert wird. Sie kriegen natürlich auch noch die letzte Frage. Ihre Erwartungen an die heutige Debatte, was ist Ihr Punkt? Ich hoffe, dass man sieht, wie komplex auch die Landwirtschaft ist und dass es nicht einfache Lösungen gibt und dass Landwirtschaft eine Transformation braucht, damit wir alle gute, köstliche und zukunftsfähige Lebensmittel haben und auch eine Zukunft, wo die Natur hoffentlich doch auch eine große Rolle spielt, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben. Also es geht auch um die lebenswerte Zukunft. Sarah Wiener war das. Ich sage ganz herzlichen Dank. Sie müssen in die Debatte, denn Sie sprechen heute auch. Alexander Bernhofer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Und im Plenum, da ist es schon losgegangen, da spricht gerade für die schwedische Ratspräsidentschaft, nein, ich sehe gerade hier den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, der spricht in der Debatte und wir geben ab ins Plenum und wünschen Ihnen hier viel neue Erkenntnisse in Sachen Landwirtschaft und Ökologie hier im Plenum im Europäischen Parlament. Ich möchte den Platz wechseln. Ist es jetzt besser? In den ersten Reihen haben Sie da die Verdolmetschung. Ja, es kann sein, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Reihen, also Herr Jahr, also die vordere Rolle hat die Verdolmetschung. Ja, die mittleren Plätze, da wäre es vielleicht eine Idee, jetzt weiter nach unten zu gehen. Ja, es mag eventuell nicht am Platz liegen, sondern an der Technik oder dass nur bestimmte Kabinen betroffen sind. Haben Sie die Verdolmetschung? Können Sie sie hören? Also drei Sprachen gleichzeitig. Ja, vielleicht versucht man da anzuknüpfen an dem, was gestern passierte. So, in that case we have to wait, possibly for a second. So, it's Romanian language, I guess? Also, Rumänisch haben betroffen zu sein. Now, I have also two. Also, ich habe jetzt auch zwei. Ja, też nagle słyszę dwa języki teraz. Słyszę teraz niemiecki rumuński. Ja. Ja. So, I guess, I guess the expression simultaneous... Ja, da hat der Präsident recht, simultan erhält da eine völlig neue Bedeutung. Das kann die Dolmetscherin bestätigen. So, five, two, four has also two Versionen. Fünf, zwei, vier hat auch zwei Sprachversionen. Ja, ich will da nicht den Druck erhöhen. Also, hoffentlich werden wir in zwei oder drei Minuten dann soweit sein. Tests. Test. 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 Test was meant as English. I do not have German translation. Neither Romanian. I think they switched off in a moment. Thank you. 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 Thank you.